yo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von gta online ist das ein mini kooper oder ein fiat 500 darf kurz bitten der meiste den einfach raus steig ein rück übrigens neonatore und panos spielen mal wieder mit und ich mit meinen geilen schenke wo gehen wir hin ja keine ahnung du hast du mal panos hier umbringen sorry panos ja meine fahrkünste sind heute wieder mal optimal ja ich muss schon mal gerald an damit wir eine mission kriegen und die schrauben wir gleich explodieren ich kann kein job anfordern wie geil soll ich versuchen aber dann haben wir wieder so ein hohes level nene lass mal ein paar leden überfallen panos kommst du mit markieren habe ich nicht das ist mein auto oder komm fahr dahin ich hole mir mein auto ich meine wozu habe ich ein auto ich mag hier aber schon mal das nächste der nächste laden wo wir hingehen wäre denn die karre sieht aus das haben wir gemacht hierhin gehen wir bist du schon bei meinem fahrzeug nein panos wo gehst du hin er versucht uns glaube ich zu folgen aber ich bin gerade zu flott einfach nur geradeaus okay okay geht klar kannst du schon okay passt perfekt wo steht die schöne karre ops unten lass ich mal raus ich bin runter oder nee ich gehe drauf du gehst drauf bingo außerdem lady bringt man bis zum auto und nicht nur das bis zur straße oder der lady führt man nach hause und nicht nur in den ort wo sie wohnen würde ich auch mal sagen und du fährst ja gerade hierhin ab wo gehst du hin junge da kann man nicht durch das habe ich nicht gewusst okay rückwärts geht es weiter guck mal links ne straße rechts so ne ja komm ich will nicht mehr kann kommen nene 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 komm das geht schon das geht schon vor allem muss es sein oder ja übrigens ist die karre nee nee ein cent ging ein cent ging okay da 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 vorne weiter vor weiter vor als er darf fahrter das ist dann das ist ganz so auch nicht jungen wo ist das entgegen hier drin das hätte auch schief gehen können kommst du mit ja gerne darf ich auf deine schoß nee erstmal hier laden überfallen jetzt ja geht rein ja ich lass mich na darf ich rein gebild dich alter du hast kohle zum scheiß du kriegst die 100% der kohle ja aber keine xp ich brauche xp doch 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 die weißt du wodurch abhängen zu wenig da bitte 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 er will diesen wohnen du darfst den nächsten auch rauben nie bitte den du machst den nächsten kommt kommt bitte jetzt mehr schneller drinnen ist okay du weißt dass ich dich dann umlege weil ich den machen will oder das machst du nicht ja das ist unfair achso nee stimmt eigentlich gar nicht ist gar nicht unfair okay wer zuerst drin ist wobs wobs achso hoppla dachte du parkst hier alles unfair delta nee das ist doch total unfair jetzt habe ich doch sogar falsch gepackt Junge ich komm zuerst rein ey wenn du mich abknallst man komm mal eigentlich du schlampe na warte ist er jetzt tot? ne immer noch nicht Junge hör mit der kohle aber sofort hey knall mich nicht ab Junge knall mich nicht ab Junge knall mich nicht ab Junge hä nur 200 hä nur 200 ne nicht verarschen ach komm komm fang mich vorbei hier kann sie auch ausrauben leider nicht dann nächstes mal alter jetzt hab ich aber drei sterne du bist dann dann mach ich das nächste mal ne ja ja what the fuck ey der knall mich ab hier der Heli ja was denkst du ich weiß nicht aber abknallt ja soll ich dich vielleicht abholen darf ich der Fluchtwagen sein nein das mit Flucht das mach lieber ich selber ok viel spaß ich fahr dir nach ja weil's lustig ist komm mal hinterher klar ja bis jetzt kein Problem ist es du bist gar nicht mehr da haha ich seh dich I can see you sieht mich der Helikopter hier nope Junge ich hab's dem fast abgehängt na clout er führt den Heli zu mir ja ja komm mal hier hoch Neo fast aber ich bin drauf ok aber drüber schaff ich's natürlich nicht ne ne ok beste Fahrzeug äh zum flüchtern ist sowieso Sandking oder Motorrad ich find Motorrad ist um einiges besser mach mal hier mal ein Licht aus ich glaub der hat uns sogar gesehen ah ich geh mal entkommen hierher ja du kannst ja auch Lester anrufen ich noch nicht will ich ja nicht will ich ja nicht ah ah man ey Panos was machst du in der Zwischenzeit nichts besonderes ah du gehst in die Garage rein wer du nein zum Entkommen doch du warst gerade drin ne das war Panos anscheinend ok das ist Panos darf ich dir 3 Sterne geben Panos danke hast du dich schon? nein wen hast du eigentlich den Sandking zu verdanken? hast du den? hab ich den äh blalalalalalalala ähm unseren Abonnenten hab ich das schon erzählt dass du mir ähm hier den Sandking geschenkt hast hab's total vergessen ja du warst ja auch nicht dabei wo ich das erzählt hab das war eine Folge wo ich ohne dich aufgenommen hab übrigens danke für mein Sandking ne bitte schön ich hab mich jetzt auch bedankt am Panos mit deiner Gruppe Söldner äh Neonator hat Söldner geschickt die dich angreifen sollen was?! hahaha 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 komm ich helf dir dabei äh ok Delta komm ich brauch dein Auto als Deku hahaha Dek hier so ein bisschen ja Dek da falls dir mucken Klar, holt er die RPG raus Komm, ich helfe dir auch Wo sind die? Ist das geil Da kommen, glaube ich, immer wieder welche nach Ja, ich sehe aber noch keinen Ich gehe zu mir nach Hause Ich gehe zu mir nach Hause, alles klar Alter, was machst du? Warum verschwindest du? Komm, das packen wir schon What the fuck Ich gehe zu mir nach Hause Warum legst du überall Bomben? Okay, ich sterbe Warum stirbst du? Ja, die Bullen haben mich gerade eingekesselt Und mir die Reifen platzen lassen Ich komme, um dich zu retten Fuck, Unfall Alter, ey, der rammt mich Bist du ein Wichser, der hat Bleib am Leben, ich hole dich ab Ah, komm, es geht schon Ich habe schon wieder eine Karre Also es kann sich noch um Jahre handeln Warum soll ich in dein Apartment kommen? Keine Ahnung Anders überleg dir lieber besser, was du so machst Ich komme hoch, ne? Kommen Bullen auch hoch, ja, gell? Ja Geil Wenn ich jetzt rausgehe, verfolgen die mich immer noch Weiß ich nicht Driften mit Sandking, Jungs Das ist geil Ich fahr grad mit einem SUV hier hoch Wir sollen wieder mal eine Sandking-Tour machen Oder so, eine SUV-Tour Soll ich mal jetzt machen? Ja, wir können mal Da haben wir genug Zeit Mach mal einen Zeitcheck hier Neun Minuten sind wir schon Alter, schießt mir da den Reifen ein Nimm mich mit What the fuck? What the fuck? Okay, ich geh jetzt mal sterben See you later, alligator Alter, ich leb ja noch Alter, das gibt's doch nicht Soll's geben Der Fallschirm hat mir grad das Leben gerettet Sollen wir ein Rennen machen? Mit was? Zu spät, ich bin schon im Rennen drin Ich lade jetzt alle ein Panos, bewegt deinen Arsch aus deinem Apartment Bin ich doch, schon draußen Boah, hoffentlich hab ich noch die Steuerung ganz drin Wegen Need for Speed Rivals Hast du mich auch schon eingeladen? Ähm, nein Ich lade gleich ein Warte mal Mit Motorräder Ne Oder Kompaktwagen Super Sportwagen Ne, Motorräder Äh, Runden zwei Eigene Fahrzeuge aus Warum? Äh, weil ich keine getunten Karren habe Wir haben auch keine getunten Kompaktwagen oder Motorräder Du vielleicht Ja, der Neo hat seine Garage geleert Und aus jedem, ähm Also Moskelcar, Superwagen, Sportwagen Alles hat er in seiner Garage drinnen geparkt Ja Und trotzdem verliert er Ah, ja Manchmal Nein, komm, du hast mich abgezogen Letztes Mal, wo du das Ladykiller war Da hast du mich abgezogen Das müssen wir sagen Da war er ziemlich gut Aber du hättest Du hättest Ich hab auch ein bisschen trainiert, muss man sagen Ja, du hättest dir das, ähm Mit, äh, Snake angucken sollen Das war so krass geil Er will Ja, übrigens Ganz kurz Er will Er will Er will Er will Er will Er will links überholen und patsch In die Leitplanke rein Ähm Delta, ich würde mir jetzt ganz gerne noch eine Kleinigkeit machen, ja Und zwar Möchte ich mich bei unseren Abonnenten entschuldigen Der gesagt hat, er möchte mit uns hier gemeinsam aufnehmen und so, ja Ähm Es hat leider nichts funktioniert Die Disziplin von unseren Leuten hat einfach nicht geklappt Ja Ja, und, äh, zu diesen Abonnenten, die mitmachen wollen Man braucht nun mal TS3, damit man sich, äh Ja, auf jeden Fall besser Verständigen kann So kann man sagen, das machen wir und Für alle, die was TS3 haben und mal gern dabei wären Ihr seid herzlich willkommen, ja Ja Kriegt ihr unsere Adresse, kommt ihr hier rein und dann können wir quatschen und Unsinn machen Und Panos töten und T-backen Genau Hauptsache erschreckt das Ihr könnt sogar Greta töten, wenn ihr wollt, ja Ja, ich glaube, wir sind mit Sixten Hübscher Turbostart Au Ja, ein Fail Brian O'Connor würde jetzt sagen, äh Ne, Dominic würde jetzt sagen, Tropo Larga Das heißt? Zu weit Und das war ein Fail Hat sie jetzt einen Unfall? Nein, du? Junge, Junge, rammt er mich erstmal Du bist doch so eine Bitch Ne billige, genau Auch noch, ne? Oh Ja, das kommt davon Und mein Handy klingelt Aber ich geh nicht ran Das ist meine Schwiegermutter Brauch ich nicht rangehen Ich dachte für euch hätte halt jener ist, äh, Familie, alles Ja, Familie Solange es die eigene ist, gell? Das war jetzt gerade ziemlich präzise durch Ich komme dir aber noch nach, ja? What's the fuck? Form ziehen! Junge, form ziehen! Ja, ja, oh ja, oh ja, oh ja, jetzt erstmal einen riesen Dickmann hier reinwerfen, ey Mann! Ey, form ziehen, Junge Das darf nicht wahr sein Ja, Leute, vorm Ziel genoopt Hm, mir ist gefallen Und somit, äh, beenden wir auch die Aufnahme Und bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen Hat noch einer von euch was zu melden? Jo Ähm, Droglbecher Droglbecher, auf jeden Fall Droglbecher Okay, bis zum nächsten Mal Droglbecher, ja? Bye, bye, Droglbecher Bye, Droglbecher Droglbecher Untertitelung des ZDF, 2020